Und das schon mit Kenner, dann fahre ich in der Endperspektive, aber das habe ich noch nie hier gesehen. Selbst in der Beta war ich hier noch nicht. Und deshalb muss ich mir das einfach irgendwie anschauen. Und ich hoffe mal, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist, denn die ist mir persönlich ein Stückchen zu laut. Müssen wir jetzt nochmal schnell gucken. Quatsch. So, also ich hoffe mal, dass die Sound sieht. Ab hier.